einen Tipp mit an die Hand geben. Ich mag es aber manchmal sehr gerne. Es ist eine Blitzvariante des Ölauszugs. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Nuna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich bin Melanie Görderiken und heute tauchen wir in die Welt der Ölauszüge ein. Wir werden über Kaltauszüge und Heißauszüge sprechen, herausfinden, welche Pflanzen sich besonders gut eignen und welche Öle du verwenden kannst. Bleib dran, es wird also spannend. Ja, grundsätzlich sind Ölauszüge eine wunderbare Möglichkeit, die heilenden Eigenschaften von Pflanzen zu konservieren und natürlich auch nutzbar zu machen. Und es gibt dabei so zwei Hauptmethoden. Es gibt den Kaltauszug und den Heißauszug. Beide Varianten haben so ihre Vor- und Nachteile und eignen sich auch für unterschiedliche Pflanzen und Anwendungen. Ich persönlich kann ohne Ölauszüge nicht mehr leben. Sie gehören definitiv zu meinem Standardrepertoire in meiner Hausapotheke, aber auch natürlich für die Hautpflege liebe ich Ölauszüge, für die Seifenherstellung. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man hier die Ölauszüge nutzen kann. Und als erstes möchte ich dir ganz gerne den Kaltauszug vorstellen. Du findest ganz oft auch den Begriff Mazerat, Ölmazerat. Mazerat bedeutet eigentlich immer, dass etwas in einer kalten Flüssigkeit ausgezogen wird. Der Kaltauszug ist eine sehr sanfte Methode, um die Wirkstoffe aus einer Pflanze zu gewinnen. Und hierbei grundsätzlich werden die Pflanzenteile in Öl eingelegt, über mehrere Wochen bei Zimmertemperatur stehen gelassen, anschließend abgeseiht und fertig ist dieser Kaltauszug. Aber ich möchte jetzt hier nochmal in die Details mit dir reingehen, damit du den Ölauszug für dich zu Hause auch bestmöglichst nachmachst. Als erstes stellt sich die Frage natürlich, welche Pflanzenteile kann ich nutzen und darf ich die Pflanzenteile vorher waschen? Nun, ja, nein, was darf ich also beachten bei diesem Kaltauszug? Grundsätzlich ist es wirklich wichtig, dass das Pflanzenmaterial vorher nicht gewaschen wird. Beziehungsweise wenn du das Pflanzenmaterial unbedingt waschen möchtest, dann wasch es und warte einen Tag und lass das Material wirklich vollständig trocknen. Denn wir alle wissen ja, was passiert, wenn Wasser mit Öl in Berührung kommt, entsteht eine gewisse Schimmelgefahr. Nicht nur eine gewisse, es entsteht eine Schimmelgefahr. Und Schimmel wollen wir natürlich auf gar keinen Fall im Ölauszug haben. Also, deswegen nutzen wir ausschließlich die trockenen Pflanzenteile. Das möchte ich jetzt auch nochmal etwas genauer erklären. Wir können für den Kaltauszug sowohl getrocknete Pflanzenteile verwenden, als auch frische. Die sollten aber eben nicht mehr nass sein. Also, weder vom Regen, noch vom Tau, noch von der Brause, der Duschbrause, die du der Pflanze verpasst hast. Also, wir nehmen getrocknete Pflanzen oder trockenes Pflanzenmaterial. Dieses wird richtig schön kleingeschnitten. Und natürlich solltest du bei dem Pflanzenmaterial darauf achten, dass du nur das feinste, beste, frischeste, gesündeste Pflanzenmaterial nimmst. Diese kleingeschnittenen Pflanzenteile gibst du in ein steriles Glasgefäß. Wie bekommst du es steril oder desinfiziert? Ich nutze hierfür sehr gerne hochprozentigen Alkohol, 70-80%igen trinkbaren Alkohol, ganz wichtig, um das Gefäß einmal zu sterilisieren. Lass das trocknen und erst, wenn der Alkohol in dem Glas getrocknet ist, gebe ich das Pflanzenmaterial hinzu. Das Glas fülle ich ungefähr bis zur Hälfte mit dem Pflanzenmaterial. Dann gebe ich das Öl hinzu. Und hier ist es einfach ganz wichtig, dass das Pflanzenmaterial vollständig von dem Öl bedeckt ist. Nun wird das Gefäß verschlossen und wenn du frisches Pflanzenmaterial nutzt, ist es ratsam, das Gefäß die ersten paar Tage, die ersten vier, fünf Tage, einfach nur mit einem Krepptuch zu verdichten. So kann nämlich die Feuchtigkeit besser aus dem Glas entweichen. Alternativ kannst du auch das Behältnis mit einem Deckel verschließen. Dann ist es allerdings ratsam, den Deckel in den ersten Tagen immer wieder abzunehmen. Einmal mit einem Küchenkrepp oder mit einem Tuch auszuwischen, weil sich am Deckel die Feuchtigkeit bindet. Und dann verschließt du das Ganze wieder und schüttelst das Öl auch. Im besten Falle schüttelst du dein Öl mehrmals in der Woche. Auch das ist hilfreich, um die Schimmelbildung zu vermeiden. Und nach vier, fünf Wochen kannst du das Öl abseihen und in eine dunkle Flasche füllen. Während dieser vier bis sechs Wochen, sage ich mal, ist es ratsam, das Glas bei Zimmertemperatur, zum Beispiel in deiner Küche aufzubewahren, sollte kein direktes Sonnenlicht abbekommen. Und hier streiten sich jetzt so ein bisschen die Geister. Manche empfehlen, den Ölauszug komplett in einem dunklen Raum zu lagern. Andere sagen wiederum, der Ölauszug sollte in die pralle Sonne. Also es kommt hier so ein bisschen auch darauf an, erstens auf das Pflanzenmaterial. Wir haben nämlich tatsächlich den Fall beim Johanniskraut. Wenn wir die grünen Samenkapseln im Öl ausziehen, muss der Ölauszug dunkel stehen, weil der Inhaltsstoff, den wir aus den Samenkapseln gewinnen möchten, ist sehr lichtempfindlich. Und um den bestmöglichst zu erhalten, ziehen wir das Ganze im Dunkeln aus. Johanniskrautblüten werden traditionell in der Sonne ausgezogen. Und ich glaube, es gibt hier in der Regel, außer jetzt bei diesen bestimmten Fällen zum Beispiel, also bei diesem bestimmten Fall zum Beispiel, dass wir die Samenkapseln vom Johanniskraut im Dunkeln ausziehen, ansonsten, weil der Inhaltsstoff, den wir haben wollen, so lichtempfindlich ist. Grundsätzlich ist es so, dass das deine eigene Entscheidung ist. Mach das so, wie es dir dein Gefühl mitteilt, so wie du das beste Gefühl hast. Ob im Dunkeln, ob im Keller, ob mitten in der prallen Sonne. Mach das so, wie es sich für dich stimmig und richtig anfühlt. Was sind jetzt die Vorteile dieses Kaltauszuges? Ich habe erstens eben eine schonende Extraktion der empfindlichen, vor allem hitzeempfindlichen Inhaltsstoffe. Und das bringt mit sich, dass ich kein Risiko der Zerstörung hitzeempfindlicher Wirkstoffe habe. Das ist jetzt ein Standardrezept. Es ist so, dass bestimmte Pflanzenteile eine geringere Auszugszeit haben. Wenn es zum Beispiel um Blüten geht, ganz, ganz feines, sanftes Pflanzenmaterial, da reicht oft eine Woche, maximal eine Woche und dann kannst du das Ganze abseihen und bereits in Flaschen füllen. Bei sehr festem Pflanzenmaterial, wie Wurzeln oder auch sehr festen Blättern, ist es ratsam, vielleicht die Ziehzeit von vier Wochen auf sechs Wochen zu erhöhen. Und dann gibt es noch einen besonderen Fall, also sehr schleimstoffhaltige Pflanzen, wie der Spitzwegerich oder die Beinwellwurzel, aus denen sehr gerne Ölauszüge hergestellt werden. Bei denen ist es etwas kritisch. Ja, auf der einen Seite sind die Schleimstoffe hitzeempfindlich, deswegen eignet sich ein Kaltauszug. Allerdings sind die Schleimstoffe auch, ja, also Pflanzen mit einem hohen Schleimstoffgehalt bergen auch das Risiko, dass dieser Ölauszug mit den schleimstoffhaltigen Pflanzen eher und schneller schimmelt. Das heißt, man darf hier ganz besonders darauf achten, sehr sauber zu arbeiten, den Ölauszug wirklich immer im Auge zu behalten. Denn Schimmel sieht man ja, zum einen wird es so pelzig, ja, dann ist es ganz offensichtlich, dass sich Schimmel gebildet hat. Wenn sich so Schlieren im Öl bilden, auch dann ist das Öl nicht mehr nutzbar. Also beim Kaltauszug achte einfach auch wirklich darauf, ganz sauber zu arbeiten. Kommen wir mal zum Heißauszug. Der Heißauszug ist quasi eine schnellere Variante und eignet sich besonders gut, unter anderem für harte Pflanzenteile wie Wurzeln oder Rinden, aber auch für Pflanzenteile oder Pflanzen, die eher dazu neigen, in einem Kaltauszug schneller zu schimmeln. Wie macht man jetzt so einen Heißauszug? Da gibt es, ja, ich sag mal mehrere Varianten. Ich gebe jetzt erstmal die Standardvariante mit. Wieder werden die Pflanzenteile grob zerkleinert, beziehungsweise eigentlich so fein wie möglich geschnitten. Wieder vorher nicht gewaschen. Du kannst es mit getrockneten wie auch mit frischen Pflanzen machen. Und das Pflanzenmaterial gibst du dann in ein hitzebeständiges Gefäß. Dieses bedeckst du mit Öl und das Gefäß stellst du in ein Wasserbad. So, das Wasserbad wird jetzt auf niedriger Hitze für etwa zwei bis drei Stunden erhitzt. Das Öl sollte nie kochen, sondern einfach nur heiß gemacht werden. Hierbei wird das Öl dann gelegentlich umgerührt und nach dem Abkühlen kann das Öl schon abgeseiht werden und in dunkle Flaschen gefüllt werden. Das ist jetzt wirklich die ganz flotte Variante. Eine Alternative wäre es, so habe ich das damals auch in meiner Ausbildung oder in meinen Ausbildungen gelernt, man kann diesen Heißauszug auch über mehrere Tage machen. So habe ich einen viel intensiveren Auszug. Das heißt, ich erhitze das Öl-Pflanzen-Gemisch im Wasserbad, lasse es abkühlen und wiederhole diesen Prozess immer wieder und wieder über mehrere Tage hinweg. Und dann wird es erst abgeseiht. Oder eine weitere Variante, die mir sehr lieb ist mittlerweile, ist diesen Heißauszug in einem Stöfchen zu machen. Es gibt mittlerweile spezielle Ölstöfchen, in denen man diese Mazerate machen kann. Man kann sich das vorstellen, dieses Stöfchen, wie eine überdimensional große Duftlampe. Ich habe oben die Schale, in der ich meinen Ölauszug herstelle und unten kann ich ein Teelicht reinstellen. Dieses Teelicht erhitzt diesen Ölauszug. Und das ist irgendwie auch so eine sehr schöne und sanfte Möglichkeit, einen Heißauszug zu machen. Vorteil dieser Variante ist natürlich, A, ich habe eine schnelle Gewinnung der Wirkstoffe, ist wirklich gut geeignet für feste oder auch getrocknete Pflanzenteile. Ein weiterer Vorteil ist, wie ich finde, dass ich Inhaltsstoffe auslösen kann, die Hitze benötigen. Irgendwie ist zumindest ganz oft so bei den Teilnehmern, bei meinen Kursteilnehmern im Kopf, okay, wenn ich Hitze verwende, dann zerstöre ich ja gleichzeitig Inhaltsstoffe. Das stimmt nur bedingt, denn es gibt Inhaltsstoffe, die werden tatsächlich bei Hitze zerstört. Es gibt aber wiederum auch andere Inhaltsstoffe, die benötigen die Hitze, damit sie für uns besser verfügbar werden. Dazu gehören unter anderem die überaus wertvollen Karotinoide. Das sind die orangefarbenen bzw. gelben Pflanzenfarbstoffe, kennst du aus der Karotte. Und es gibt ja dieses bekannte Karottensuppenrezept, wo man Karotten über mehrere Stunden richtig köchelt. Morscher Karottensuppe heißt es, glaube ich. Und diese Suppe wirkt dann zum Beispiel unter anderem sehr, ganz wunderbar bei Durchfall. Und ich habe den Riesenvorteil, ich habe die Karotinoide richtig schön herausgelöst. Also es gibt einfach Inhaltsstoffe, die brauchen Hitze, damit die für uns verfügbar gemacht werden. Also keine Angst vor Hitze, keine Angst vor Feuer. So ein Heißauszug ist durchaus auch sehr wertvoll. Nun möchte ich dir gerne noch einen kurzen Überblick darüber geben, welche Öle denn nun für ein Ölmazerat oder für einen Heißauszug geeignet sind. Grundsätzlich sind Öle, die eine etwas längere Haltbarkeit haben, vorzuziehen. Und dazu gehören Olivenöl, Sesamöl ist ein ganz tolles Öl, Rapsöl oder auch Sonnenblumenöl. Das sind Öle, die kannst du ganz wunderbar verwenden. Es sind auch Öle, die du durchaus erhitzen kannst. Und daneben gibt es natürlich auch noch Öle wie das Mandelöl, was auch unfassbar wertvoll für unsere Haut ist. Es ist sehr hautfreundlich, hat aber ungefähr eine sechsmonatige Haltbarkeit. Das darfst du einfach bedenken, wenn du einen Ölauszug mit Mandelöl machst. Mache ich auch sehr gerne, aber dann schaue ich auch, dass ich diesen Ölauszug dann auch relativ zügig aufbrauche. Grundsätzlich ist es auch natürlich so, wenn dein Ölauszug, der fertig ist, später mit Wasser in Berührung kommt, habe ich auch hier natürlich eine erhöhte Schimmelgefahr. Deswegen achte immer darauf, dass dein Ölauszug, den du fertiggestellt hast, in dunklen Fläschchen gelagert ist, ja relativ kühl gelagert ist, nicht direkt im Sonnenlicht ausgesetzt ist und es darf natürlich kein Wasser in dein Fläschchen gelangen. Und zum Schluss möchte ich dir natürlich gerne noch die Frage beantworten, welche Pflanzen sich denn jetzt eigentlich für einen Ölauszug eignen? Und es eignen sich letztlich fast alle Pflanzen. Pflanzen grundsätzlich ist es so, dass schleimstoffhaltige Pflanzen, wo du eben auch an die Schleimstoffe heran möchtest, besser in einem Kaltauszug ausgezogen werden. Blüten mache ich auch in einem Kaltauszug, allerdings lasse ich die dann nur ungefähr eine Woche ziehen, wohingegen ich festes Pflanzenmaterial wie Rinden oder Wurzeln durchaus auch mal sechs Wochen in einem Ölmazerat liegen lasse. Für einen Heißauszug eignen sich im Prinzip auch so gut wie alle Pflanzen. Auch hier nehme ich gerne Blüten, Blüten in einem Heißauszug finde ich total wunderbar, aber auch Blätter, Rinden, Wurzeln. Letztlich ist es auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich mache es tatsächlich auch ganz oft einfach nach Gefühl. Das ist wichtig. Achte hier auch einfach auf dein Gefühl und letztlich ist dein Erfahrungsschatz auch entscheidend. Je häufiger du das machst, desto mehr Sicherheit bekommst du, desto mehr hast du nachher ein Gefühl dafür, welche Pflanzenteile und welche Pflanze du eher in einem Heißauszug oder eher in einem Kaltauszug ausziehst. Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch einen, ja etwas, ich sag mal, energetisch nicht ganz so hoch, ja energetisch nicht so hochwertigen Tipp mit an die Hand geben. Ich mag es aber manchmal sehr gerne. Es ist eine Blitzvariante des Ölauszugs. Und zwar gebe ich dafür das Pflanzenmaterial zusammen mit dem Öl in einen Mixer, mix das Ganze einmal richtig ordentlich auf, anschließend filter ich das durch ein ganz, ganz feines Sieb, durch das kein Pflanzenmaterial mehr durchkommt. Und so habe ich auch einen sehr intensiven Ölauszug. Ich könnte sogar noch hingehen, je nachdem was für Inhaltsstoffe ich hier ausziehen möchte, dass ich diesen Ölmix, bevor ich es abfiltere, nochmal erhitze und dann erst abfiltere. Das ist quasi so eine Quick and Dirty Variante von einem Ölauszug. Ich wollte dir diesen Tipp einfach noch jetzt zum Schluss mit an die Hand geben und hoffe, dass dir diese drei Varianten richtig gut gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass du deine eigenen Erfahrungen machst und jetzt einfach mal vielleicht die Tage ja schon beginnst, damit selbst einen Ölauszug herzustellen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann sind dir Mo und ich absolut dankbar für deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Und wenn du noch mehr Krautwissen möchtest, dann schau total gerne auch mal auf dem Blog lunaherbst.de vorbei und oder melde dich auch sehr gerne zum Newsletter an. Hier bekommst du tatsächlich auch immer wirklich wöchentlich exklusive Rezepte, exklusives Pflanzenwissen und natürlich auch immer die aktuellen Termine, wenn mal wieder Kräuterveranstaltungen anstehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Deine Melanie Deine Melanie Deine Melanie Deine Melanie Deine Melanie Vielen Dank.